Auf dem Fußballplatz oder daheim bei seiner Frau Lisa – da fühlt sich Profifußballer Thomas Müller am wohlsten. Glanz und Glamour sind nicht so ganz die Leidenschaft des Bayern-Stars. Aber wenn man sich selbst als Hauptdarsteller in einem Kinofilm bewundern darf, ist das natürlich eine andere Sache. Bei der Premiere der ersten beiden Folgen der Amazon Original-Serie FC Bayern Behind the Legend im Arikino in München darf der sympathische 32-Jährige nicht fehlen. Auf dem seltenen Auftritt auf dem roten Teppich begleitet ihn seine Lisa. Im kuscheligen Partnerlook in schwarz-weiß posiert das Paar für die Fotografen. Die schöne Reiterin bleibt ihrem lässig schlichten Stil treu und bezaubert auf dem Red Carpet unter ihrem hellen Mantel mit einem Mickey Mouse-Dress, einer Strumpfhose und schwarzen flachen Stifletten. Das Interview geben und das Posieren mit Kicker-Kollege Manuel Neuer macht schon Spaß. Aber bei seiner sympathischen, besseren Hälfte ist es doch am schönsten. Deutlich sucht er die Nähe zu seiner Liebsten. Bei diesem Traumpaar wird das Serien-Highlight auf der Kinoleinwand doch beinahe zur Nebensache.